Was habe ich getan, was er nicht getan hat? Die Kleine wollte nur, dass man sie hört. Er will, dass ich weggehe. Meines Rauch sollt ihr überhaupt keine Kinder haben? Alles, was ich mich nie gefünscht habe, was du... Verstehst du denn nicht, Reggie? Aber er weiß nicht. Sie schläft niemals. Er nimmt doch die Tragödie eines Menschen und lasst die ganze Welt daran teilhaben. Er verbreitet sie wie eine Seuche. Du willst niemandem mehr wehtun. Aber ich mache es. Und es tut mir leid. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020